Österreichs alte Gebäude mit historischem Flair und künstlerischer Bedeutung. Schwierig ist es aber oft, diese Baudenkmäler und die praktischen Anforderungen des heutigen Lebens unter einen Hut zu bekommen, zum Beispiel die Barrierefreiheit. Das Bundesdenkmalamt schreibt uns dazu, Denkmalschutz und Barrierefreiheit sind durchaus vereinbar. Aber wie sehen das die Eigentümer solcher Objekte? Andrea Ferstl auf Lokalaugenschein in Bad Ischli. Kein Kaiserwetter, dennoch wunderschön. Das Flair von Bad Ischli wirkt selbst im grauen Winter herzerwärmend. Auch die aus Belgien stammende Miriam Kuhl und ihr Mann sind aus Begeisterung für diese Stadt und die Landschaft hierher gezogen. Doch mit dem Wandern war es leider schnell vorbei. Seit Komplikationen bei einer Operation ist Miriam Kuhl im Rollstuhl unterwegs. Reden will sie darüber eigentlich nicht. Meine Krankheiten sind wir morgen noch nicht fertig. Sticken, Stricken und Häkeln sind für die Schneidermeisterin seither beliebte Freizeitbeschäftigungen. Sie würde auch gerne ins Kino gehen, aber das kann sie nicht. Ich habe auch das Ding, dass ich durchlaufe und ich muss da öfters zum Klo. Nein, ich komme dort nicht zum Klo, das Klo ist im ersten Stock und da ist kein Lift. Das Kino ist im alten Leha-Theater eingerichtet. Das Geschäft gehe nicht so gut, habe man Frau Kuhl erklärt. Und das denkmalgeschützte Gebäude seien schlecht im Zustand. Daher wäre ein Lifteinbau nicht rentabel. Vielleicht wäre es rentabler wert, wenn ältere Menschen mit einem Rollator zum Beispiel, die kommen auch nicht hoch. Die können auch wieder zum Kino gehen. Wir haben ein wunderschönes Altersheim. Die können auch wieder zum Kino gehen, mal einen Kinoabend machen. Dann verstehe ich nicht laut Gesetzeslage, wie lange schon die Vorlaufzeit ist, dass das barrierefrei gemacht werden sollte und nichts passiert. Man hört ja nicht, das muss eine Strafe sein, aber es wird nichts gemacht. Das Ehepaar hat natürlich selbst Erfahrung mit Umbauten zur Barrierefreiheit, den Schwierigkeiten damit und den Kosten dafür. Es hat auch gewisses Verständnis für die Eigentümer, die das Theater vor 15 Jahren aus reinem Enthusiasmus gekauft haben. Wir wollten nicht, dass dieses Haus zu einem Supermarkt oder irgendwas verkommt. Das ist ja immerhin das Theater vom Kaiser Franz Josef an die 180 Jahre alt. Wir sind auch kulturinteressiert, wir sind kinoaffin, wir wollen der Bevölkerung und uns auch das Angebot eines lokalen Theaters nach wie vor gönnen. Und kämpfen wir einfach die ganzen Jahre schon darum, das erhalten zu können. Jeder Gast sei hier willkommen, versichert man uns. Johann Putz und sein Sohn Markus können das bestätigen. Mindestens einmal im Monat kommen sie zu Filmvorführungen oder Veranstaltungen hierher. Was für Markus wichtig ist, er kann mit dem Rollstuhl genau dort stehen bleiben, wo er trotz seiner Augenprobleme optimal sieht. Das seien modernen Kinos nicht so. Das ist eigentlich noch nie ein Problem gewesen, wenn man da in den Kennersaal hereinkommt. Also da entweder eine andere Geste oder der Betreiber selber hier im Haus ist sehr erhülsbereit und ist eigentlich nie ein Problem gewesen. Das WC im ersten Stock braucht Markus in der Zeit zum Glück nicht. Diese Stufen sind mit dem Rollstuhl nämlich nicht zu bewältigen. Auch die Nassräume selbst sind zu eng und verwinkelt, die Türen zu schmal. Hier wären grosse Umbauten nötig. Für diese gäbe es auch schon ein Konzept, aber die Finanzierung sei nicht möglich, argumentieren die Eigentümer. Und was sagt die Stadt dazu? In Bad Ischl werde Barrierefreiheit sehr ernst genommen, meint die Stadträtin. Wir sind ja nicht nur Tourismusstadt, sondern auch Kurstadt. Wir haben in Bad Ischl eine MS-Station, wir haben zahlreiche Reha- und Kurzentren. Und wir arbeiten immer wieder mit beeinträchtigten Menschen zusammen, dass wir immer wieder am Laufenden sind, um Bad Ischl noch barrierefreier zu machen. Es würden auch immer wieder Gespräche mit den Eigentümern des Leha-Theaters geführt, in der Hoffnung, sie zum Handeln anzuregen. Denn trotz Hilfsbereitschaft und Notlösungen für Rollstühle durch den Seiteneingang in den Kinosaal, müsse Barrierefreiheit auch für die WC-Anlage umgesetzt werden. Das wissen auch die Eigentümer, fordern aber Unterstützung durch die öffentliche Hand, um schnell tätig werden zu können. Die Uhr tickt, die Zeit läuft uns davon, um ganz offen zu sein. Und es ist uns noch nicht die zündete Idee gekommen. Wir würden uns freuen, wenn von außen jemand Ideen hat. Von dem her sind wir sehr gerne auch da bereit, Gespräche zu machen. Wobei, ich muss ja klar, Ideen haben wir genug, Geld haben wir nicht. Ganz einfach. Trotz Charmoffensive der Eigentümer. Der öffentliche Raum muss seit erst im Jänner barrierefrei sein. Das gilt auch für das Kino im denkmalgeschützten Leha-Theater in Bad Ischl. Miriam Kohl hofft jetzt auf die Umsetzung und wird sich, dank ihres unerschütterlichen Humors, bis dahin möglichst nicht ärgern.